Seid ihr ja ein Revoluzzer oder ein Romantiker? In beiden Fällen haben wir bei Biberunge den richtigen Wein für euch. Und warum heißt jetzt unser bester Wein Revoluzzer? Der Revoluzzer geht zurück auf Adam von Itzstein. Der hat hier in Hallgarten, dort wo wir unser Wein machen, hat der vor 180 Jahren die Frankfurter Pausköche vorbereitet. Und einer von diesen Menschen, die das gemacht hat, war Hoffmann von Völlersleben, der Romantiker. Und dort, wo damals der Hallgartenerkreis getagt hat, haben wir heute unsere Straußwirtschaft an einem wirklich romantischen Ort am Rheingau, wo man den ganzen Rheingau durchblickt, unsere Weine probieren kann und ganz leckere Kleinigkeiten essen kann. Kommt gerne mal vorbei, auf jeden Fall wieder zu den Schlemmerwochen nächstes Jahr. Und worauf Markus und ich besonders stolz sind, ist, dass wir bereits fünf Jahre nach der Gründung des Weinguts vom renommierten Weinguide Eichelmann mit dreieinhalb Sternen ausgezeichnet worden sind. Ja, und neben Riesling und Spätburgunder haben wir natürlich auch Sekt, zum Beispiel unseren Provokateur, ein rosa Riesling-Sekt. Ja, und gerne würde ich euch hier einladen, hier in den Keller zu kommen oder eben ins Gartenhäuschen mit uns unsere Weine und Sekte zu probieren. Weil wir sind überzeugt, wir machen ganz was Besonderes. Weil wir fangen da an, wo andere aufhören. Alles wird mit der Hand gelesen, dann sanft gepresst und dann in diesen großen Holzfässern hinter mir langsam, langsam naturnah vergoren. Genau so, wie es Adam von Itzstein vor 180 Jahren gemacht hat. Und wir fühlen uns einfach, dass es richtig, richtig toll ist. Und die Menschen, die hier sind, sind begeistert von unserem Wein. Ja, wollt ihr wissen, was es mit unserem Wappen auf sich hat? Was es mit dem Teufel und Pferd auf sich hat? Warum der Provokateur Provokateur heißt und was das Rote ist in dem Ganzen? Genau, oder warum unsere Weine vegan sind? Dann kommt doch einfach vorbei zu einer Weinprobe hier zu uns in den Weinkeller nach Hallgarten. Ruft an, schreibt uns eine E-Mail und mehr Informationen findet ihr natürlich auch bei uns auf der Website. Wir hoffen, wir sehen uns. Genau, bis bald. Tschüss.